Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Tina auf der mittleren Map unterwegs und wir haben Duo gegen Trio gespielt. Wir hatten eine sehr, sehr krasse Runde. Aber bevor es losgeht, habe ich noch was. Und zwar, ich habe eben gerade den Stream ausgemacht und habe vergessen, den letzten zu ziehen vom Giveaway. Total vergessen. Deswegen stelle ich jetzt mal die Szene um, nicht erschrecken. Beziehungsweise muss ich gar nicht. Ich kann einfach hier hinten den Hintergrund raus machen. Und ich habe die ganzen Leute hier noch drin. Den ziehe ich nämlich jetzt und dann kannst du dich melden bei mir über Discord und dann kriegst du dein, dein DLC. Ach du Scheiße, es ist nicht dein Ernst. Ähm, ja. Sonja ist mit mir im Teamspeak. Es ist völlig random. Ich habe gerade das Intro für morgen eingesprochen und habe gesagt, dass ich vergessen habe, ähm, denjenigen zu ziehen, ähm, für das Giveaway, ne? Mhm. Und wisst ihr, wen ich gezogen habe? Nee. Ja, Sonja. Echt? Ja. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sehr gut. Okay, warte, ich bin noch nicht fertig. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Runde. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hott rein, viel Spaß. Ja. Ich hätte an die Banane denken müssen. Vergessen, Aufnahmen zu drücken. Ich hole noch den Clou, ja? Jo. Oh nein, keine Ausdauer. Jetzt bist du ja doch schon drin. Scheiße. Alles gut. Sorry. Sorry. Oh nein, keine Ausdauer. Das ging schnell. Ich leg hier mal Heulbojen davor. Ja. Wirst du was? Ja. Osten. Nein. Nee. Nein, die Waffe ist zu langsam, um zweimal zu schießen. Nein, die Waffe ist zu langsam, um zweimal zu schießen. Nein, die Waffe ist zu langsam, um zweimal zu schießen. Nein, die Waffe ist zu langsam, um zweimal zu schießen. Nein, die Waffe ist zu langsam, um zweimal zu schießen. Und hier ist einer. An den Türen hier habe ich jeweils eine Konstantina. Mhm. Okay. ć Ich bin mal auf dem Dach. Oh, bei mir direkt. Scheiße. Oh, die Tür ist auf unten. Hier oben ist die Tür auch auf. Weiß nicht, ob die Aufgang ist bei der Explosion jetzt. Hm. Nein. Mann, jetzt kommt die zu mir. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich kann... Einer ist hier rechts irgendwo. Warte mal. Einer ist hier drin! Wer ist drin? Nice, Tina. Alter Schwede. Nein. Ich würde sagen, brennt das hier jetzt lange, oder? Egal. Ich glaube, einer ist drin. Ne, ist nicht drin. Der hat das da vorne vorhin schon mal versucht. Einer tot. Falle entschärft. Ja, die Falle entschärft, ja. Bei dir vorne. Ja. Da sind drei Mann. Oder zwei. Kannst grad nicht ausmachen. Achso, ich kann ja nicht gucken. Unten, ne? Unten an der Tür, ja. Oh, ganz hinten war einer. Scheiße. Einer guckt hier oben rein. Pass auf. Mhm, ich weiß. Seine Salzigkeit. Ich habe noch eine Konstantina für den Dud hier draußen. Haben wir Feuer? Ne, ne? Bestimmt irgendwo. Ne, geht ja nicht. Ist ja der... Ist ja der Sklappi, ne? Verdammt und zugenehm. Also ich glaube, das eine Team ist tot, Tina. Ja. Hm. Du hast nur den gekillt denn ein. Hat der liegt hier draußen? Ja, ja. Ich glaube das... Ich glaube das war's. Ja. 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 Ich hätte wetten können, ich war drauf. Letzte Heilung, wann soll das da reinkommt, Tina? Komm Lenz. Oh no. Ne, Dach. Noch ne Flasch. Oh no. Oh no. Hm. Hm. Oh oh. Oh Gott da steht ja einer. Ich mach die Tür zu. Was ist das denn? Da kam irgendwas geflogen. Was war das denn? Ein Hammer oder ein irgendwie sowas. Hammerwurf. Aber wie lange war der denn in der Luft? Lange. Oh wow. Der auf dem Dach hat Hit. Ist geheilt. Wie doof ist er denn? Er hat doch gehört, dass ich geschossen hab. Hm. Oh oh. Scheiße. Oh der eine hat den draußen. Ja. Der auf dem Dach ist weg. Komm noch was? Das ist nett. Das Ding gehoben hier. Okay. Neko. Heizig. Der liegt doch da noch. Ne, 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 ne. Der ist gerade hier vorbeigelaufen. Das hilft. Mhm. Das hilft. Mhm. Okay. Das ist ein ganz anderer jetzt. Der holt den auf dem Dach jetzt. Nein. Oh nein. Oh nein. noch hab sie jetzt sind es noch die anderen drei ich glaube dass ich gucke mal kurz ja noch zwei ja ich sehe nur zwei aber die können zusammen sein einer da und einer ganz hinten im osten ok soll man den hier pushen ja kann man machen letzte sekunde ich hab ihn nicht gesehen und die anderen sind richtung nordosten pass auf der könnte hinter dir sein ich konnte nicht weit genug umgucken ja das ist von dem typen da oben der eine ist hier ich höre drei glaube ich ja ja Scheiße Die war ja nice, wo sollte die denn hingehen? Das weiß nur er Also zwei Mann sind hier Jaja, die sind hier vorne direkt Ja mach mal Nein, ich häng fest Der pusht, der pusht Ist er drin? Ist er drin? Nö Okay Einer ist direkt über mir hier Einer steht hier direkt vor der Tür und der war schon mal tot Oh, direkt vor der Tür Scheiße Alter Hat der mich erschrocken Tschüss Wir haben ne Geisel Pass auf, die haben Neko glaube ich Mh 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 Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wenn der Hast du noch irgendwas zum draufstellen? Nee Gar nicht Lute den mal, vielleicht kriegst du was Mh 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 habe ich mir erschrocken der eine crowd steht draußen ich wollte nur nicht dass das hätte ich auch gefunden ja fehlt da nicht noch ein bounty da fehlt ein bounty der ist raus raus ist einer raus habt ihr das gesehen ich hab's nicht gesehen na egal was raus keine ahnung ja die ist echt gut der muss ja raus sein sonst würden wir doch das zeichen noch sehen ja aber ist das nicht immer so ein bisschen so im hintergrund das zeichen naja wenn er raus ist ist komplett weg glaube ich hatte mal auf dem ne du schaltest billy frei und dann hast du so da kannst du über den billy noch andere sachen freischalten boah ist das laut gerade ja der typ mit der bounty der ist bei minute elf zucker rausgegangen richtig dreckig war halt ein random team und er hat sein random team einfach zurückgelassen so hat er sich gedacht da hast du eh keine chance gehst du mal raus ich hatte sowas ähnliches auch schon das ist schon ein bisschen länger her da lag ich tot auf dem boden und war eigentlich hebbar und mein anderer mate der war irgendwie komplett woanders und hat gefightet mit welchen und der eine hätte mich heben können läuft er mir vorbei der hat auch die bounty und rennt richtung ausgang lässt den anderen mate einfach kämpfen mich lässt er liegen und ist rausgegangen das war ein grund warum ich nicht mehr mit randoms gespielt habe eine sehr sehr lange zeit jetzt mache ich es ab und zu mal wieder aber es macht mir nicht wirklich spaß weil ja ihr kennt mich bin schnacker ich muss immer ein bisschen reden während den fights und es ist auch viel viel angenehmer nicht mit randoms zu spielen und ansagen zu bekommen und so weiter ja am ende habe ich tina so ein bisschen weggejagt und habe den dann oben vom dach geholt den hat tina wahrscheinlich auch geholt aber ich wusste ja nicht dass er da noch mal piekt und ganz am anfang den dahinter der tür stand ich weiß nicht ob ihr euch erinnern könnt den hätte ich mit der cold will holen können und mit der slate habe ich ihn leider nicht gekriegt weil sie so langsam hintereinander schießt aber ich bin schon kleiner fan geworden von der slate sie ist keine schlechte waffe und ich spiele sie jetzt auch öfters macht mir viel viel mehr spaß als beispielsweise die spectre die cold will ist für mich natürlich die beste pumpe schrotflinte aber danach kommt direkt die crown und dann kommt direkt die slate die ja über die spektre möchte ich jetzt nicht reden so ich bin heute ab 14 uhr 14 uhr 15 circa wieder online auf twitch wenn ihr bock habt könnt ihr jobs sammeln es gibt aber auch ein geiles giveaway wenn ihr wieder bock habt habt ihr ja gesehen was gestern passiert ist da hat sie sonja gewonnen ich habe es ja ganz am anfang gezeigt mega lustig ausgerechnet sie wo sie mit mir im teamspeak war ähm was gibt es noch zu sagen denkt an meinen teamspeak der ist unten verlinkt genauso wie game.de die haben wir den extra für euch zur verfügung gestellt könnt ihr jederzeit nutzen könnt auch game.de gerne mal besuchen gerade wenn ihr selber teamspeak machen will root server game server web server etc sucht ihr mich fast versprochen da hat es wieder ein outtake video gegeben ähm discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz ganz tollen tag wir sehen uns heute auf twitch oder morgen 9 uhr 30 nächstes youtube video haut rein tschüss also und dann